Wir sind hier im Berner Oberland in Reichenbach, eine kleine Familienunternehmung, die sich mit Naturgefahren beschäftigt. Die Weisse Nevenlands Kontroll AG ist spezialisiert in Lösungen zur Sicherung von Lawinen. Hier sehen wir ein Beispiel, eine ferngesteuerte Lawinen-Sprenganlage, wo wir eine vorbeugende Lawine auslösen können und ein Gebiet, sei es ein Skigebiet oder eine Verkehrsinfachstruktur schützen können. Unser wichtigstes Produkt ist die Sprenganlage, die wir fix im Gelände installieren. Sie besteht aus einem Mast, der in dem Aris-Gebiet von den bekannten Lawinenzügen montiert wird und um einen Kopf, das ist dann das Herzstück, wo die Steuerung, der Sprengstoff und die Funkübermittlung drin ist. Mit diesem Sprengstoff, der dann über Schnee zur Detonation gebracht wird, können wir die Lawinen auslösen über die Druckwellen, die produziert wird. Die Bedienung ist mittlerweile über eine App, also können wir per Handy oder sonst einmal Internet-fähigen Geräte, sei es ein iPad oder dergleichen, ausgelöst werden. Meine Tätigkeit hier im Betrieb ist im Sommer hauptsächlich Büroserviceunterhalt beim Kunden, und im Winter ist der Störungsdienst von den grössten Faktoren, den wir sichern, wenn wir ein Problem haben beim Kunden und diese Maschinen auch bedienen können, dass wir recht schnell auf Platz seien, mit Heli oder mit einem Tauerschein, dass wir ein Problem beheben können, damit wir mit Sicherheit das Gewehr leisten können, auf der Ski-Piste oder auf der Zubringerstrasse oder auf der Eisenbahnlinie. Für mich bedeutet es hier, bei der Firma Wissen zu werken. Wir sind bergnah, naturnach. Es ist eine innovative Firma in den Bergen. Es gibt Arbeitsplätze hier und ich kann hier zum Glück arbeiten, in Wohnernährung, ich muss nicht weit fahren. Wir tun etwas Gutes für die Menschen. Wir bieten ihnen Sicherheit, vor allem gerade im Winter beim Lawinendienst. Wir können ihnen ein Hobby gewährleisten, wir können ihnen den Arbeitsweg gewährleisten, indem wir die Strecken, die Pisten sichern. Wir haben ein Winterangebot, ein Sommerangebot. Das Winterangebot ist wichtig, dass wir das sicher gestalten können. Darum haben wir auch den Sprengmast hier oben von der Firma Wissen können installieren. Den sichern die Routen der Eisenkletterer und aber auch von der Schlittelwege. Unsere Mitarbeiter sind hier aus der Region. Darum ist es ein grosser Vorteil, dass wir hier produzieren können und unsere Mitarbeiter aus der Region gewinnen können. Es ist klar, wir müssen die Leute in die Berge schicken können. Sie müssen ein Verständnis von unseren Kunden haben, was sie ihren Problemen und Sorgen haben. Nur so können wir mit diesem Team gewährleisten, dass wir die beste Qualität herbringen. Ich arbeite meistens in der Produktion, wird aber auch für die Montage und für die Ausseinsätze eingesetzt. Als Lehrling hier sehen wir eigentlich fast alles und wird sehr vielseitig eingesetzt. Es ist auch sehr schön, dass man hier von so einer kleinen Firma aus weltweit tätig sein kann und sieht, wo die meisten stehen. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass die Arbeit weltweit geschätzt wird, die wir hier machen. Der wichtigste Grundfilter für die Zukunft, für die wirtschaftliche Absicherung in Zukunft ist sicher die Innovation. Das schaffen wir dank einem guten Team. Wir haben eine gute Teamgeste, die innovativ Innovation lebt, wenn ich es so sagen darf. Das ist auch der Grundstein für neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, die im Ausland, denken wir jetzt an Norwegen oder Kanada, sehr gefragt ist.